Wir sind heute hier bei der Küchenfee zu Hause und gehen einem Geheimnis nach. Gerüchten zufolge soll es hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Schauen wir mal, ob da was dran ist. Mein Gott, wo bleibt das denn mit dem Händl? Ich soll jetzt schon langsam einpanieren. Hallo Schatz. Hi Spatzl. Es tut mir wirklich leid, aber es hat einfach nichts anderes zum Kaufen geben mehr, außer das Karrihuhn. Mein Bärchen, du, das kriegen wir schon nie. Danke. Richtig. Das Zauberwerk, das wir nun tun, macht aus Bippa Steirerhuhn. Jetzt haben wir was Feines zum Essen für dich. Morgzeit, lass es schmecken. Nein, ein echtes Steirerhuhn. Mein Küchenfee, dein zaubert mir halt nur ein Speiste auf dem Tisch. Ein kleines Schatz. Bein Wacken. Bitte ist ein kleines Schatz.